ich habe eine geniale idee schreibt mir jetzt ab bis z auf mit nummern drunter mit 31 jahre verdammt was mache ich hier auf die scheiße so viel einfacher warum alles im kopf machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 viel zu eng geschrieben 13 14 viel viel zu eng geschrieben das ist die 15 das ist die 16 das ist die 17 18 19 20 ja und es ist wirklich 20 also 18 wäre er das heißt vierte buchstabe ist er das heißt es entweder j dart oder j bart gut also das von vornherein zu machen sollen du bringen mich jetzt bitte leuchtfeuer dahin nein ich hoffe für euch war das ganze mit dem buchstaben und zahlen unterhaltsamen mir beim leiden zuzusehen nicht hauen wir wollen weg hier da also j dart darum 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 es brummen müsste eigentlich jetzt auch falsch vielleicht noch mal hochheilen bevor wir da reingehen wir kommen wir brennen weg was auch immer drin ist hier ist kein brummen hier ist kein brummen wo zur helle war das war es hier lang ja hier brummt es okay müssen wir hier hoch springen nicht du brummen addition Chris die 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 j die 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 kann sich von die die Komischer Geist, der okay sagt, aber okay. Warum ist da noch eine? Hier ist nichts. Die hatten wohl vorgehabt, mehrere von den Dingern zu sammeln. Oder sie hat mal einen, der wurde geklaut. Ist mir ehrlich gesagt auch Schnurzpiepe. Ich will hier weg. Free Haven. Keine doofen Bäume mehr. Kein Gebrummel, keine Passwörter und Buchstaben und Zahlen. Ich gebe das Ding jetzt ab und dann fliegt nur noch Paradies Tal. Also eins von den komischen Gebäuden, wo die ganzen Drachen rumgeflogen sind. Ich hoffe, da geht es einfach nur ums Töten. Nicht irgendwelche Rätsel. Also eins sind die Rätsel natürlich toll. Und auch die ganze Erfahrung war jetzt recht cool eigentlich, weil es halt schwierig war. Ähm, aber ja. So einfach mal stur töten wäre auch ganz schick. Genau, wir würden gerne so Rakel runter. Das Licht ist an. Das Licht ist aus. Das Licht ist richtig an, okay. Hätte mich auch gewundert. So, das heißt, das war jetzt Alamos, Magier. Wir hatten schon Erde, wir hatten schon Lava, also haben wir noch Luft und Wasser. Alamos war auf einer Insel, also Wasser. Und das andere Paradies Tal ist denn Luft, weil es Drachen sind. Macht sogar einigermaßen Sinn. Jupp, passt. 100.000 Erfahrungspunkte. Das heißt, du bringst uns jetzt bitte. Paradies Tal. Drei Stufenanstiege. Drei Stufenanstiege. Drei Stufenanstiege. Drei Stufenanstiege. Und Pleite. Reparieren. Aber wir haben ja doch etwas zum Verkaufen. Alles reparieren. Eure eigenen Sachen müsst ihr ja auch mal reparieren. Beide Waffen kaputt. Und er hat mit den Stümpfen auf die Gegner eingeschlagen. Alles mal rittermäßig. So, du brauchst drei Ringe und Handschuhe. Bei den ganzen Ringen, die wir jetzt gefunden haben, war da irgendwas bei, was wir gebrauchen konnten. Repariert. Ich weiß nicht. Stab kann weg. Einmachtskrone kann weg. Kann weg. Ja, klar, ich kann weg. Versteck die Wirkung aller Geistzauber. Benutzt du überhaupt irgendwann mal Geistzauber? Nicht wirklich, ne? Gib das mal Geogon, du bewahrt das auf. Rüstungsklasse plus 8. Ist jetzt nicht so toll, aber schon mal besser als nichts. Tiara zieht die Rüge bestimmt nicht an. Die ganzen Schriftrollen können weg. Ja, Federfall. Ne, komm. Ganz billige Ringe, die wir am ersten Tag schon gefunden haben, können auch weg. Verkaufen. Weg, 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 weg. Raus. Hier, Kinklitzchen. Alles. Weg. So, was bringt ihr? 1760 ist eigentlich 3000 wert. 1290. Eigentlich fürchte ich ja schon fast ganz gern behalten. Einfach nur, weil es Edelsteine sind. Aber ne, komm, unser Metall ist jetzt schon so zugedröhnt. Das muss nicht sein. Du kommst noch weg. Danke. So, schon haben wir die 50.000. Das ist doch okay. Dich wollten wir behalten. Den kann Geogon auch tragen. Den kann Geogon auch tragen. Was? Du kannst weg. Was bist du? Geschick plus 13. Versteck die Wirkung aller Geister. Aber ne, den solltest du nicht tragen, Geogon. Bringt bei dir nicht so viel. So, das Ding sollte verzaubert werden irgendwann mal. Waffenhändler war ich hier. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, weg. So, das kann weg, das kann weg. Hexerringe können auch weg. Die ganzen gelben Tränke können eigentlich auch weg. Allmachtskrone können weg. Die müssen verzaubert werden. Das muss weg. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Ist das genug Platz für ne Plattenrüstung? Ja. Okay, du verzauber, Plattenrüstung. Murks. So, weg. Rüstungshändler war hier vorne. So, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So. Das soll erstmal reichen. Jetzt Stufenanstiege. Du. Feuchte Konditionen hochpunkten. Gucken wir erstmal hinten. Hier ist es einfacher. Also. Du. Bei dir haben wir uns schon ein paar Mal verklickt. Du wolltest sch... Schatten, Licht und Körper steigern. Schatten für mehr Schaden. Licht für bessere Buffs. Körper für mehr Heilung. Handeln. Könnten wir theoretisch auch. Aber ich... Nee. Schild könntest du mal auf Meister bringen. Das wäre, glaube ich, echt mal eine Idee. So. Du. Du brauchst nur Schatten und Meditation. Dolch. Chance für dreifache Schaden gleich der Fähigkeit. Nö. Komm. Du machst lieber... ...mehr Meditation, damit wir nicht ganz so häufig schlafen müssen. Ja, mal eben 5% mehr Zauberpunkte ungefähr. Du. Du bist doof. Du hättest noch eine Zauberin sein sollen. Dann würden wir richtig abgehen mit der Gruppe. Aber na gut. Du bist halt eine Schützchen, die nicht schießen kann. Die keinen Meister im Spiel hat, weil wir den nicht finden. Du hast immer recht lange Mana, ja. Ja, und zum Verzaubern bist du auch einigermaßen okay. Ich werde trotzdem einmal Luft steigern, damit sie mit ihr Implosion mehr Schaden macht. Und Meditation, damit sie allgemein immer mehr Zauberpunkte hat, damit wir jederzeit rausspringen können. So, Chirugon. Solltet vielleicht mal Lernen auf Experte bringen. Ihr alle solltet mal Lernen auf Experte bzw. Meister bringen. Weil da wussten wir nicht, wo der Lehrer war, ne? Ja, stimmt. Hatten wir schon gesucht. Ne, gut. Steiger Kondition. So. Fertig. Also, wir müssen jetzt töten. Und jetzt müssen wir schlafen. Was haben wir uns verdient? Kaufen, essen, schlafen. Machen Fackellicht. Machen den da. Genau. Drö, 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 drö. Du machst den da. Du machst fliegen. So. Und jetzt gucken wir, was hier im Paradies-Tal an. Mist, das war nicht im Paradies-Tal. Das war ne Einsiedler-Insel. Äh. Umsonst gebufft. Na gut. Wir fliegen. Titan töten. Ja komm, wir töten mal Titan. Warum auch nicht? Kepatsch. Komm, 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 komm. Kepatsch. Kepatsch. Äh, okay. Trefferpunkte sind noch ein wenig mal. Der, der schummelt, der geht auf die Kartengrenze. Du mach bitte... Teil des Lebens. Kepatsch. Und das soll reichen. Also weg hier. Weg, 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 weg. Süden und dann Westen oder so, ne? Ich hoffe mal, in dem Dungeon drin sind nicht wirklich Drachen. Wenn wir so oft rein- und rauslaufen müssen, das wäre nicht mehr lustig. Einsiedler-Insel, okay. Wow, okay. Du fliegen, du schutz, du guckst dich kurz selber an und machst dann das da. Fliegst weg. Ja, also, da war der Jungenbrunnen, da ist ein komischer Knubbel, aber ich glaube, es wird das da sein. Nicht schön. Nicht schön. Haben wir eigentlich direkt einen Auftrag für? Burg Alamos, Burg Darkmoor, Burg Kriegsbeier. Was? Suchaufträge. Burg Alamos, Burg Darkmoor, Burg Kriegsbeier. Und hier ist nichts mehr an Aufträgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch war, ein Einsiedler-Insel. Und es fehlt auch noch eins, also, hm. Na gut, wir ruschen hier einmal rum. Jop, 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 jop. Schlangen und die Darn und Hydren und Zeug. Hier einen Eingang freizubekommen, könnte auch eine Weile dauern. Deswegen versuchen wir es gar nicht erst. Sondern gehen gleich rein. Hoher Tempel von Bar. Hallo. Ich höre jetzt schon bummen, das ist gut. Ah doch hier. Finde den Speicherkristall Alpha im hohen Tempel von Bar und setze ihn wieder in das Modul für Rakels ein. Du. Licht. Das wäre mal ein Schwedener-Dungeon. Man kommt rein. Und der Speicherkristall ist gleich links vom Eingang. Da sollte ich kein Schrappenhell benutzen. Okay, es war ein Kristall links vom Eingang. Das war der falsche. Das wird der Dungeon, der ganz, 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 ganz verwinkelt ist, wie ich das gerade sehe. Und lausiges Gold dabei hat. So, also links war nichts. Rechts. Wow. 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 Hohen Tempel verlassen. Was? Hier ist ein Teleporter. Okay, nein. Den müssen wir nachher mal ausprobieren. Oh, und du setzt unbedingt einen Sprungpunkt. Nicht, dass wir hier wieder hinlaufen müssen. Oh, es tut gut, du geht ja. Oh, es tut gut, du geht ja.